Der Opa weiß alles, das heißt ja, frag den Opa, wenn du was wissen willst. Aber ich habe als Quiz gestellt, den Kindern, sechs Kinder, wie heißt die Landeshauptstadt. Da war ich nämlich gestern und das ist nicht beantwortet worden. Nee, ich möchte niemanden schlecht machen. Und man kann da aber auch ein bisschen didaktisch klug, pädagogisch klug und überhaupt. Die Erwachsenen sollen sich raushalten. Und meine Standortfrage ist auch noch, wie heißt der Fluss in Wimsheim, Münsheim, Wirnsheim, wie heißt dieser Fluss? Und ein Bach ist auch ein Fluss übrigens. Und dann kann man auch ein paar Storys dazu erzählen, dass im badischen Landesteil von Wimsheim, das habe ich glaube ich schon erzählt, das ist schlimmer als evangelisch und katholisch, zu Ostern. Da kommen schon welche mit dem Fahrrad, das sind aber andere. Das sind nicht unsere. Wir haben keine Fahrräder. Und der hinten dran, vorsichtig. Okay, also Quiz und dann gibt es Taschengeld. Man kann sein Taschengeld aufbessern, wenn man Opa die Fragen richtig beantworten kann. Wie lange dauerte der Dreißigjährige Krieg? Und wenn das richtig beantwortet ist, gibt es fünf Euro und von wann bis wann war der Dreißigjährige nochmal fünf Euro und wer hat gegen wen gekämpft nochmal fünf Euro? Und da weint ein Kind, aber ziemlich laut, das ist ja gerade mal hundert Meter weg. Irgendwas ist passiert, die sind da rumgehirscht da unten. Und jetzt habe ich mich ein bisschen zurückgezogen. Oben sind die Damen und die zwei Herren sind mit den ganzen Kindern da zum Eisessen gegangen. Also ich wollte da keine Werbung machen für ein bestimmtes Eis. Bis aber richtig ist, dass ich beide Eisdielen kenne. Jetzt wird es zu lang. Schöne Ostern noch und morgen ist es ja verregnet. Wir haben ja die schöne Sonne noch genießen dürfen. Und vielleicht redet man mal drüber in Jahren, wie schön das noch alles war. Schön war die Jugend. Sie kommt nicht mehr. Gibt sogar ein Lied. Gibt es so, was du sagst machjxes, st bevor und du sagst. Es wird sweepst 350, es Princess stuck Visby – ich mich noch nicht als mating einde. Gibt es da Frage stehen?